Fragt nicht, warum ich das anhabe. Das war ein Weihnachtsgeschenk von Jem. Und ich habe heute damit einen Tiktor gemacht. Auf jeden Fall habe ich mit Serena Kiera Fasmo gespielt. Und spiele ich momentan sehr, sehr oft und streamen. Eigentlich ist das, was ich momentan am meisten im Stream spiele. Ihr müsst euch vorstellen, Leute. Ich bin ein krasser Schisser, für die, die es nicht wissen, bei Horrorspielen. Und das war Serenas erstes Mal. Und sie kann keine Horrorfilme zum Beispiel schauen, weil sie so ein großer Schisser ist. Wo bist du? Deswegen ist es jetzt sehr, sehr lustig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und ich würde sagen, okay, let's go. Meine Leute, was passiert? Was ist los? Die Waffeln tun mir gar nicht gut. Dieser Löffel, ich fühle mich so unwohl, dass sie nur neben mir liebt. Ich hasse dich. Nein, warum? Ich hasse dich einfach. Erstmal richtig die Party hier. Uts, uts. Okay, ich muss aufhören. Was ist los? Ah, ich habe so Energie. Also ich würde sagen, Serena geht alleine rein. Lol, das IMF packt übel rum, Mr. Lee. Machen sie einen Brot von Geist, dann kommt sie dem Geist, wer von der Jagdkruz fix. Hier oben, IMF und Box habe ich dabei. Ja, so mal. Mach. Lol, was, was? Geisterevent? Ja, wir waren Geisterevent, aber ich habe sie nicht gesehen. Lol. Ich würde irgendwann zusammenlaufen, weil ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Mhm. Hier können wir zusammenlaufen. Du kannst doch die Temperatur machen. Wo bist du? Und da, wo es am kürzesten ist, sagst du am Schatten. Wie alt bist du? Wo bist du? Findest du Serena geil? Willst du mit Serena Sex haben? I, der ist... Oh mein Gott, oben bei euch, ne? I, wie alt bist du? Wie hast du den Geist, verstehst du nicht? Also nicht hören, gerade nicht. Ich versuche halt, Geisterbox wäre ein Beweis. Ich versuche mit ihm zu reden. Wenn er dadurch spricht, haben wir einen Beweis. Das ist voll eklig. Dann sagt er manchmal, I'm here, oder so. Oder behind you. Das ist voll eklig. Oder was? Das ist manchmal auf jeden Fall nicht. Wie viele Grad sind es hier drin? Sechs Grad. Ja, der ist hier. Und er hat eben das Licht an und aus gemacht. Wie alt bist du? Jetzt sind es 16. Jetzt sind wieder 8. Ihr habt ihr gehört? Young. Young hat geredet. Ja, ich hab's gehört. Beweise Geisterbox. Wo bist du? Vier Grad hier. Heben vier Grad. Den Schlitten. Bist du böse? Oh, und Box, ja? Bist du böse? Das geht's dir nicht. Drei Grad? Bist du böse? Oh, ihr seid raus. Ihr seid raus, Alter. Mach das mal nicht ohne mich. Krieg Todesangst. Sag mal, packst du E und nimmst den Knochen mit. Er hat eine Tür aufgemacht, habt ihr's gehört? E? Meinst du F? Ich kann nicht, ich kann ja dich mitnehmen. Dann müssen wir noch ein Bild machen. Ja, lass mal schauen. Und wenn der Geist auftaucht. Soll ich ein Foto vom Geist machen, wenn er mich tötet? Mach ich schnell ein Foto. Mhm. Da ist er gruselig, also ist es gruselig, wenn er einen tötet? Ich mach ein schnelles Foto, wenn ich's denn bekomme. Ja, du musst ihn halt angucken. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich ihn angucken möchte. Na egal. Als wir mit euch gespielt haben, der Geist war so eklig, ne? Letzt, also auf Asylum. Echt? Mhm. Hast du geschrien, als er dich getötet hat? Ja, ich hatte richtig Schiss, no joke. Ich hab aber auch übel gelacht. Alter, wer nennt sein Kind Nancy, Junge? Alter, Nancy ist... Alter, kann man nicht best bejudged? Also no front, also, aber nee. Ja, das war ein vorbildes Teilfinden. Unter Nancy stelle ich mir eine vor, die so blonde, kurze Haare hat und richtig dünn ist. Ach, er ist genau hier. Er ist genau hier. Wie, der ist gerade nicht? Genau hier. Foto? Also ich hatte gerade acht. Nee, 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 er hat sich nicht, also wir haben nicht gesehen. Hat er dich da hier runtergeworfen? Nee. Nee. Dann hat er... Hier, er ist genau hier unten. Acht. Ja, da war es gerade gerade hier unten. Ja. Ja, hier wieder, er ist wieder genau hier vor mir. Ja, wir gehen wieder hoch. Acht, genau vor mir. Wieder weg, der wandert gerade. Hallo. Hallo. Können wir zusammenlaufen? Tschüss, Tiara. Spaß. Ja, aus dir ist voll schön. Sie ist richtig schön, dass wir dich aufzuhalten haben. Ich hab damit kein Problem. Ja, ich weiß. Hier, Elf, du machst du mal. Wir sind jetzt mal alleine die ganze Zeit gelaufen. Also, Anz hat hier so ein Flur irgendwie. Also, auf dem Boden kann auch manchmal so ein großer Zirkel sein. Da ist es das Hunde-Belt. Ja. Hey, warte mal, was ist das hier? Warte, guckt mal, ist das ein Item? Kommt mal her. Den Ex-Item. Da liegt so ein Stück Dings drin. Kartoffel, ne. Kartoffel, ne. Kartoffel. Kartoffel. Das ist kein kleiner. Wo sind das wohl? Nicht die Kartoffel überhaupt. Ich seh sie gar nicht. Hier, ich hab sie in der Hand tot. Sie hat auch auf dem Gesicht hinter. Ja, voll groß, deswegen. Ja, ich seh sie nicht. Ich hab sie hier hingeworfen. Warte. Ja, komm mit. Warte, bleib. Warte, bleib. Warte, bleib, bleib, bleib. Warte, bleib, bleib. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Ja, bist du denn? Oh mein Gott, mein Herz, Serena, ich bin hinter dir. Serena, ich bin hinter dir. Alter. Ja, komm raus. Oh mein Herz, scheiße. Der ist, der ist genau hier. Oh mein Gott, mein Herz. War genau vor der Tür. Komm, komm. Ich hab's nicht gemacht. Hey, der macht's nicht. Mach's nicht gemacht. Ich hab so Angst, ich saß in der Küche in der Ecke. Arsch, ne, hier rein. Barbara Smith. Oh mein Gott, Leute. Ich wollte, dass ihr so reinläuft. Wir müssen halt entkommen. Ah! Alter! Ah! 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 Hab jetzt? Aha! Ah! 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 Es ist passiert, ich will da nicht mehr rein. Das hab ich abbekommen. Okay. Ja, bleib draußen. Ich try my luck. Ich kann nicht mehr. Ist wieder zu? Ja, oh mein Gott. Nein. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Guckst du ja jetzt zu. Ihre Pio Vieren. Ja, warte. Ah nee, ist jetzt gar nicht drauf, oder? Barbara Smith, Barbara Smith, Barbara Smith. Die Tür ist zu. Wirklich? Wirklich? Ja, die ist zu. Ja, die ist zu. Ja, die ist zu. Ob es aus Versehen. Oh mein Gott. Ist es die auf? Nein. Und so Lichter flackern auch. Oh mein Gott, ja. Ich will jetzt noch so lachen, aber eigentlich ist das gar nicht lustig. Oh mein Gott. Ich triggere die ganze Zeit und Kira kriegt alles ab. Barbara Smith, Barbara Smith. Barbara Smith. Wenn du jetzt nicht gleich hier reinkommst und das Bild machst, gell? Dann kannst du ein eigenes Spiel. Mach ein Bild, Jonsa. Mach ein Bild. Geh rein. Mach ein Bild. Trau dich. Jons, komm. Kommst du auch mit rein, Serena? Ja, ich komm mit. Versprochen. Wir halten Händchen. Okay, komm. Wir halten Händchen. Ich werde so sehr sterben. Also wenn nicht, dann ist das echt gemein. Okay. Er kommt. Wir halten Händchen. Wir halten Händchen. Wir halten Händchen. Ich bin tot. Der soll ich jetzt festmachen. Hä? Ja, ich hab... Ich weiß nicht. Wo ist sie? Wo liegt sie denn? Jonsa? Ich lieg in der Garage. Oh mein Gott, scheiße. Tag, Serena. Ich hab sie gehört. Hast du sie gehört? Ja, sie war auch direkt hinter mir. Sie war direkt neben mir. Ich hab einfach an der Ecke gesessen. Ich war in einer Angststache. Ich konnte nichts machen. Oh, da liegt sie direkt hier. Hier, direkt vor mir. Oh mein Gott. Hast du gerade eine Fose von ihr gehört? Ja, damit sie mehr Geld bekommt. Barbara. Barbara Smith, ich bin hier, du Ass. Barbara! You're a dumbass bitch, bitch, bitch. You're a dumbass bitch. Komm schnell raus. Ja, ich bin rausgelaufen. Komm mit. Wo bist du? Serena, warte, warte, ich los, ich komm. Komm weiter, weiter. Jetzt hier, ja, um die Ecke, ja. Aber hier, ja, ja, genau. Nein! Aua! Ich hab's nie wieder. Ich hab was gemeint. Scheiße. Barbara Smith, nein. Ich bin tot. Ich werde so hart sterben. Ich hab so Angst. Ich mach ein Bild noch von ihr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Wir fahren jetzt. Warum hat das Bild denn nicht gezählt? Alter, das ist ja jetzt low. Hallo, ich hab mein Leben dafür gegeben für das scheiß Bild. Was soll denn das jetzt? Alter Serena, ich hab mein Leben geopfert für das Bild. Das zählt einfach nicht. Was soll denn das? Falls euch das Video gefallen hat. Das war's jetzt mit dem Video. Würde ich mir selber einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 Tschüss.